So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Barcelona. Ein Strategiespiel für 1-4 Personen, dauert ungefähr 60-90 Minuten. Wir haben gerade eine Partie zu dritt gespielt, wo ich es zwei Mitspielern komplett erklärt habe und wir haben dann ohne Regelerklärung so ziemlich genau 90 Minuten gespielt, das kam also ganz gut hin. Und es ist ein Spiel, das schon auf jeden Fall eher ein anspruchsvolles Spiel ist, das ist kein seichtes Kennerspiel. Wenn ihr so Spiele wie Praga, Kapodregni, Marrakesch, Oak, Federation, Golem mögt, dann ist das ein Spiel, das auch in eurem Wohlfühlbereich sein könnte. Und wir haben gerade eine Dreierpartie gespielt, ich werde euch jetzt einmal so einen Überblick geben, was man so in dem Spiel grundsätzlich macht, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob das das ist, worauf ihr Lust habt oder nicht. Und hier sehen wir das Spiel einmal aufgebaut, das ist jetzt der Spielplan, noch das unbebaute Barcelona. Das ursprüngliche Barcelona war irgendwie innerhalb von so Festungsmau und irgendwann hat man gesagt, hm, zu eng, wir wollen auch mal die Stadt ein bisschen erweitern und das machen wir jetzt hier. Cerda war damals der Architekt, der hier auch so seine eigene Cerda-Leiste hat und wir bauen jetzt hier eben Gebäude, wir bauen irgendwelche Breitenstraßen, irgendwelche schmalen Straßen und wir wollen natürlich ganz viele Punkte sammeln. Das ist gar nicht so das Spiel der krassen Verzahnung, auch nicht so ein Spiel, wo man sich immer weiter aufbaut und immer krassere Aktionen machen kann, wobei man schon so vernetzte Aktionen hat, wo ich halt hier einen Zug machen kann, da noch was mache, hier eine Belohnung bekomme. Da fühlt sich das manchmal ein bisschen ähnlich an wie Praga Capodregni. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Spiel, wo ich Punktegelegenheiten einfach suchen muss und auch eben manchmal hat man halt die Wahl bei solchen Sonderteilen hier, nehme ich jetzt lieber Punkte oder irgendwelche Ressourcen, denn Eurogamer würde normalerweise sagen, ich nehme immer die Ressourcen, nicht die Punkte, weil da kann ich dann wahrscheinlich mehr Punkte rausmachen. Aber dadurch, dass dieses Spiel auch wirklich sich kurz und knackig anfühlt, macht es an manchen Stellen auch einfach Sinn zu sagen, hier, ich nehme einfach mal die fetten Punkte, da bin ich gleich mal 10, 15 Punkte vorne, das müssen die anderen erstmal aufholen. Und erstmal so, worum geht es grundsätzlich? Wir sagen, wir wollen hier die Stadt bauen. Hier unten haben wir so drei Wertungsbereiche. Das hier ist so in der ersten Wertungsphase des Spiels, das ist die zweite, das ist die dritte. Sprich, hier haben wir jetzt ein langfristiges Ziel, wir wollen Straßen bauen. Möglichst viele Straßen, dann kriegen wir dafür ganz viele Punkte am Spielende. Das heißt, ich weiß schon, okay, da achte ich immer so ein bisschen drauf, dass ich genug Straßen baue. Das hier ist jetzt so das Ziel in der ersten Wertungsphase, das heißt, da versuche ich schon ein bisschen was mitzunehmen, um da auf jeden Fall schon mal Punkte zu bekommen, wenn ich hier so Kreuzungen baue. Und nach der Kreuzung würden wir gleich hier dann unsere, wenn wir Wertungen hier hochgeschoben haben, den Markt hier hochgelegt haben, dann würden wir dafür Punkte bekommen, mal die Punktezahl, die hier drauf steht, mal den Multiplikator, den wir hier haben. Sprich, das sind erstmal so unsere offensichtlichen ersten Ziele. Aber es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Man kann hier auf dieser Sagrada-Leiste vorangehen, dann bauen wir irgendwie so alle unsere eigenen Sagrada. Und auch da kann man dann eben Punkte bekommen. Oder wenn wir diese Straßen auf den Spielplan bauen, dann kriegen wir halt für eine Straße einen Punkt. Wenn wir dann irgendwie noch eine Straße daran legen würden, würden wir jetzt schon zwei Punkte bekommen. Wenn wir noch eine Straße daran legen würden, drei Punkte. Und wenn wir noch eine Straße daran legen würden, vier Punkte. Also auch da kann man im Spielverlauf schon mal Punkte bekommen. Oder wenn man hier so Felder belegt, wo Punkte drauf sind, dafür bekomme ich dann eben auch Siegpunkte. Oder wenn ich der Erste bin, der ein Haus in einer Reihe baut, dann bekomme ich halt einmalig diese fünf Punkte hier. Oder generell, wenn ich später Häuser auf diesen Spielplan baue, dann kommen immer diese Aktionsmarker, die man hat, mit denen man Aktionen macht. Die kommen dann hier nach und nach auf die Leisten. Und dann werden diese Punktefelder bedeckt. Und ich gucke immer, was ist das kleinste Punktefeld in irgendeiner Reihe, das noch frei ist, wenn ich Häuser baue. Und dann bekomme ich dafür Punkte. Also ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Die muss ich halt erkennen, nutzen. Man kann Züge haben, wo man 40, 50, 60 Punkte macht. Oder auch mal Züge, wo man nur drei Punkte macht. Das muss man alles ein bisschen vorbereiten. Das ist auch so ein Spiel, wo erstmal manche Leute davonlaufen, weil die gerade vielleicht zwei, drei Aktionen gemacht haben, wo sie Straßen gebaut haben. Und da dann irgendwie 10, 15, 20 Punkte bekommen haben. Und andere haben halt erstmal andere Aktionen gemacht. Die bauen dann vielleicht später noch die Straßen. Das heißt, auch wenn man erstmal weiter auseinander geht von den Punkten, ist das noch nicht so schlimm. Das kann sich noch wieder zusammenziehen. Aber wenn natürlich ein Spieler so Punktegelegenheiten einfach ein bisschen besser erkennt als andere Spieler und auch genau sieht, da taucht das richtige Teil zur richtigen Zeit auf, dann, man merkt dann schon so einen gewissen Skillunterschied, einfach Erfahrung mit dem Spiel, was ja auch immer gut ist, wenn sowas belohnt wird. Und der Ablauf ist eigentlich super einfach. Wie gesagt, ich ziehe hier immer zwei von diesen Bürgern aus dem Beutel. Dann suche ich mir hier irgendeine Kreuzung aus, die ich gerne benutzen möchte. Dann kann ich zum Beispiel mich hier hinlegen. Und das ist so ein bisschen wie bei Tagi. Okay, jetzt ist das hier quasi so die Kreuzung. Das heißt, ich kann diese Aktion und diese Aktion machen. Würde ich die Leute hier hinlegen? Es geht nur über freien Kreuzungen. Dann würde ich diese Aktion und diese Aktion machen. Das ist immer, was hier verbunden ist. Würde ich die hier hinlegen, dürfte ich diese Aktion und diese Aktion machen. Würde ich sie hier hinlegen, dürfte ich diese Aktion und diese Aktion machen. Aber hier gibt es noch diese Diagonale. Wenn ich die da hinlege, darf ich jetzt auch wieder diese und diese Aktion machen. Aber ich darf auch noch hier mit meiner Straßenbahn fahren. Selbst wenn noch keine Straßen gebaut sind, dann zieht der Pferdekarren einfach die Bahn durch Barcelona. Kostet halt teilweise noch extra Geld. Manchmal, wenn ich Sachen irgendwo draufliege, bekomme ich irgendwelche kleinen Belohnungen. Das kennt man einfach aus solchen Spielen. Und der Rundenablauf ist wirklich super easy. Ich nehme halt meine Marke, muss immer so einen Stapel daraus bilden. Leg die halt auf ein freies Feld. Mache diese beiden oder drei oder auch teilweise noch mehr Aktionen. Das kann sich immer mal wieder ergeben. Und dann gucke ich, ob ich ein Haus bauen kann. Da seht ihr hier diese Häuserplättchen. Und angenommen, irgendein anderer Spieler oder Spielerin hätte hier schon eine Aktion gemacht. Und ich würde jetzt meine Dudes hier hinlegen. Würde halt dann die beiden Aktionen machen. Die erkläre ich euch gleich. Dann müsste ich jetzt gucken, kann ich danach ein Haus bauen. Ich kann ein Haus bauen. Weil hier brauche ich einfach zwei beliebige Personenmarker irgendeiner Farbe. Und jetzt könnte ich die halt hier oder hier hinlegen. Würde dafür jetzt sofort hier einen Schritt auf dieser Multiplikatorleiste vorgehen. Und dann würde ich das Ganze eben umdrehen. Würde dann eben die Marke hier hinlegen. Und jetzt würde ich eben auch gucken. Das niedrigste freie Punktefeld ist hier eine Eins. Also würde ich jetzt einfach einen Punkt für dieses Häuser bauen bekommen. Leg dann auch hier so meinen Marker drauf. Um anzuzeigen, dass ich das gebaut habe. Auch dafür kann es auch Erwertungsteile geben, wo ich Punkte dafür bekomme. Wenn ich hier immer zwei so Teile weggenommen habe, gehe ich hier nochmal einen Schritt auf dieser Leiste voran. Also überall so ein kleiner Bonus, wie wir das eben auch von Prager tatsächlich kennen. Und dann ist schon der nächste Spieler dran. Also auch der hätte dann vorher schon mal, damit er ein bisschen planen kann. Da kommen wir gleich noch zu. Hier seine beiden Marker gezogen. Würde jetzt halt gucken, welche Aktionen möchte er gerne machen. Diese Aktion hier kann er nicht machen, weil da liegen schon Leute. Könnte da eben auch zum Beispiel irgendwie hier hingehen. Diese beiden Aktionen durchführen. Könnte jetzt nicht bauen, weil es müssen immer mindestens zwei Personen angrenzend sein. Das heißt, da würde man jetzt vielleicht auch überlegen. Also jetzt gerade ist es nur ein Punkt, aber bauen ist eigentlich immer schon gut. Gut, vielleicht würde er dann doch lieber diese Aktion machen, wenn die ihm irgendwas bringen. Und danach könnte er dann zum Beispiel hier ein Haus hinbauen. Oder jetzt könnte er hier sogar so ein Upgrade machen und so ein Stufe 3 Haus da hinbauen, weil jetzt halt auch diese noch vornehmeren Bürger da sind. Würde dann also quasi auch Belohnungen bekommen. Also zwei Schritte auf dieser Sagrada-Leiste. Würde sofort sieben Punkte bekommen. Würde jetzt aber auch hier dann eben wieder zurückgehen auf dieser Multiplikator-Leiste. Würde, dürfte dann auch seinen Marker da hinlegen. Würde jetzt auch die Leute hier dementsprechend da hinlegen. Und jetzt wäre ja schon eine 3 das geringste, was freies. Das heißt, er würde jetzt sofort drei Punkte dann dafür bekommen. Und das ist wie gesagt so der grundsätzliche Ablauf. Und die Aktionen selbst sind auch nicht wirklich kompliziert. Also angenommen, ich setze meine beiden Figuren, die ich zur Verfügung habe, jetzt irgendwie auf dieses Feld hier. Dann dürfte ich mir hier einfach zwei Geld nehmen. Heißt, ich nehme hier einfach zwei Geld und gucke, ob ich noch Platz im Lager habe. Wenn ja, kann ich es einfach da hinlegen. Gebe ich später vielleicht für Aktionen wieder aus. Jetzt ist hier mein Lagerplatz ja begrenzt. Das heißt, ich gucke hier. Da haben wir jetzt ein kleines Minigame. Da kann ich einen so einen Pflasterstein nehmen und hier angrenzend zu einem bereits vorhandenen Pflasterstein legen. Also hier hin oder hier hin. Das heißt, hier würde ich einfach dann noch ein Geld nehmen. Jetzt habe ich auch wieder den Platz dafür. Auch hier gilt, wenn ich viel freischalte, kann ich am Ende bis zu 16 Punkte dafür bekommen. Leg dann einfach das Geld hier hin. Soll ich Ressourcen bekommen, die ich nicht lagern kann, habe ich einfach Pech gehabt. Der nächste Spieler, der jetzt hier irgendwie so einen Pflasterstein hinlegen kann, kann den jetzt auch wieder hier angrenzend hinlegen oder könnte sich hier sogar zwei Geld holen oder so ein gratis Bonuswertungsteil oder einfach so ein Tuch. Eine von den beiden Ressourcen, die es im Spiel gibt. Und so puzzelt sich das hier so nach und nach voll. Die besten Belohnungen gibt es natürlich am Rand, wo man dann nicht so easy hinkommt. Aber sich hier Lagerplatz freischalten ist auf jeden Fall auch gut. Also einfache Aktionen. Einfache Aktionen. Wenn ich irgendwie hier hingehen würde, dürfte ich hier zum Beispiel dann einfach mir eine Tuchressource nehmen und würde drei Punkte bekommen. Das ist auch super einfach. Das fällt hier oben. Das ist mit dieser Leiste oder mit dieser Auslage hier korreliert. Da könnte ich mir jetzt einfach so einen Wertungsteil nehmen. Nehmen wir mal an, das hier würde dann irgendwie liegen. Dann könnte ich mir das nehmen. Dürfte es jetzt hier auf einen Spot legen. Entweder für umsonst oder müsste die Ressourcen dafür bezahlen. Und jetzt würde ich halt am Spielende, für bis zu fünf Geld, die ich noch habe, würde ich einfach einen Punkt bekommen. Wenn ich später diese Aktionen hier mache, da könnte ich dann diesen Multiplikator hochschieben. Das heißt, jetzt würde ich schon doppelt so viele Punkte, also zehn Punkte dafür bekommen. Wenn ich das Teil hier hingelegt hätte und dafür ein Geld und zwei Tuch bezahlt hätte, dann würde ich per se schon mal insgesamt zehn Punkte bekommen, wenn ich fünf Münzen am Spielende habe. Wenn ich noch zwei Stoff bezahle, wenn ich diese Aktionen hier mache, dann dürfte ich das hochschieben und würde jetzt sogar vier mal fünf mal zwei, also könnte da 40 Punkte für bekommen. Das ist schon nicht wenig. Also die Punkte im Marker hier, die gehen bis 400. Das heißt, man kann so wahrscheinlich 500 Punkte oder 499 Punkte im Spiel erreichen. Da geht schon was. Und das sind dann quasi diese beiden Geschichten. Also auch eigentlich sehr einfache Aktionen. Das sind einfach im Prinzip genau die gleichen Teile, wie die, die hier unten liegen. Nur, dass die, die hier unten liegen, werden immer aus dem Stapel raus sortiert. Die sind dann nicht in dieser Partie verfügbar. Aber das sind quasi hier die allgemeinen Ziele, die wir alle verfolgen. Und hier kann ich mir meine persönlichen Ziele holen. Das heißt, wenn ich mir jetzt das geholt habe, weiß ich, ich möchte hier gerne viel Geld am Ende haben. Ich habe mir jetzt in dieser Partie auch das geholt. Das heißt, ich möchte gerne viele Pflastersteine legen. Vorteil ist hier natürlich auch wieder, wenn ich viele Pflastersteine gelegt habe, würde ich so schon mal 16 Punkte dafür bekommen. Wenn ich jetzt insgesamt hier 2, 4, 6 Pflastersteine hierhin gespielt hätte, würde ich dafür ja auch schon mal 12 Punkte bekommen. Mal 2 wären 24. Oder hier sogar wären 36 Punkte. Also da kann ich mir so fürs Endgame Punkte freischalten. Und wenn ich während des Spiels mir gar nicht so viele Punkte hole, weil ich hier irgendwie relativ wenig mache, aber hier ganz viel vorbereite, dann kann es einfach sein, dass ich am Ende irgendwie 120 Punkte hinten liege und trotzdem noch nach vorne komme. Wobei die anderen Leute, die mitspielen, natürlich auch was gemacht haben. Hier auch einfache Aktion, genau wie die Aktion, Straßen bauen. Entweder breite Straßen hier oder schmale Straßen hier. Hier kann ich ja 2 nehmen und darf die einfach irgendwo auf den Plan legen, wenn da eine Belohnung drunter ist, wie hier zum Beispiel ein Geld oder hier 3 Punkte, würde ich die sofort bekommen. Wenn ich eine Straße irgendwo hinlege, bekomme ich einen Punkt. Hier würde ich noch einen Punkt und Geld bekommen. Wenn jetzt irgendwie andere Leute vielleicht schon hier Straßen hingelegt hätten, dann könnte ich eben auch meine Straße jetzt hier dazulegen. Würde jetzt in dem Fall hier sogar drei Punkte bekommen und weil es die dritte Straße ist, pro verbundene Straße auch nochmal einen Punkt, also 6 Punkte insgesamt. Wenn ich es hier legen würde, über Eck geht immer nicht. Geht immer nur waagerecht oder senkrecht. Also hier wäre es nur ein Punkt und ein Geld. Hier wären es halt 4 Geld. Genauso mit den breiten Straßen. Die kann ich halt nur auf diese breiteren Felder legen, also auch nicht überall. Aber wenn ich das Ding da hinlege, würde ich jetzt halt auch wieder einen Schritt auf der Leiste hochgehen. Würde einfach 2 Punkte in dem Fall bekommen. Und wenn da irgendwie noch andere Straßen dran sind, egal von mir oder von wem anders, würde ich jetzt sogar 2 und 2, also 4 Punkte bekommen. Das heißt, der Spieler würde jetzt hier für 6 Punkte dann sogar bekommen. Und so kann man dafür auch richtig viele Punkte bekommen. Und die Art ist schon, auch hier bei diesen Wertungsteilen, das hatte hier Chris in der Partie, würde man auch nochmal für gebaute Straßen Punkte bekommen. Das kann sich dann also auch lohnen, da richtig hier alles voll zu kleistern, beziehungsweise man hat da eben auch nur 5 Stück von. Also auch eine einfache Aktion Straßen bauen. Hier haben wir dann die Aktion Kreuzungen bauen. Da kann ich einfach hier auf so ein freies Feld dann so eine Kreuzung legen, kostet mich halt nichts. Dann ein Geld, zwei Geld, ein Geld und ein Tuch und dann ein Tuch und zwei Geld. Aber jetzt würde ich sofort die Belohnungen bekommen, die da angrenzend zu sehen sind. Also zwei Münzen, also hat vielleicht auch schon jemand vorher eine Straße dahin gebaut. Und immer wenn jetzt jemand halt dieses Aktionsfeld nutzt und da rauf geht, dann würde ich halt Einkommen bekommen. Und zwar je nachdem, wie viele Kreuzungen ich schon gebaut habe. Einfach nur ein Geld. Jetzt könnte ich mir aussuchen, ein Geld oder zwei Punkte. Hier könnte ich mir jetzt schon zwei unterschiedliche Vorteile nehmen. Hier dürfte ich mir auch zwei von den Vieren aussuchen und hier dürfte ich sogar schon drei von den Vorteilen nehmen. Also das ist so der einzige Punkt im Spiel, wo man so eine kleine Engine zum Laufen bekommt und besser wird, wenn man sich irgendwas aufbaut. Ansonsten ist es tatsächlich so, von Runde 1 zu Runde 2 werden wir nicht per se besser in unseren Aktionen. Aber natürlich, wenn wir Dinge vorbereiten, können wir richtig viele Punkte am Ende machen. Also, Kreuzungen bauen haben wir erklärt. Auch wenn ich da raufgehe, wenn da wer anders rauf geht, ich bekomme dann immer einen kleinen Vorteil. Hier Straßen bauen, um direkt Punkte zu bekommen, um direkt Vorteile zu bekommen, um am Ende vielleicht für irgendwelche Wertungen Punkte zu bekommen. Hier diese Pflastersteine legen, um halt sein Lager frei zu machen, um aus dem Lager Punkte zu bekommen, um hier dann auch nochmal irgendwelche Vorteile zu bekommen. Hier, das hatten wir noch nicht, das sind diese Gebäude, die hier liegen. Da muss man einfach immer jetzt hier in dem Fall 3 Geld bezahlen, danach nur noch 2 Geld. Man bekommt 10 Punkte dafür, danach nur noch 6 Punkte und später kostet es nur noch 1 Geld und man kriegt 3 Punkte dafür, wird also immer weniger. Man geht sofort 2 Schritte auf dieser Cerda-Leiste vor und jetzt dürfte man hier sofort nochmal 2 Straßen platzieren oder eine große Straße platzieren. Das heißt, wenn ich hier hingehe, könnte ich hier 2 Straßen platzieren, vielleicht irgendwo auf Freifelder, wo dann ich einfach nur 1, 2, also 3 Punkte insgesamt bekomme. Wenn ich dann aber diese Aktion mache, ich 3 Geld habe, ich das ausgebe, bekomme ich sofort 10 Punkte, 2 Schritte auf der Leiste und könnte nochmal 2 Straßen platzieren. Also könnte ich hier noch eine hinlegen für 3 Punkte, hier noch eine hinlegen für nochmal 4 Punkte und nochmal 3 Punkte extra und weil ich hier was freigeschaltet habe, gehe ich halt nochmal einen hier auf der Leiste vor, was nachher wichtig ist für die Multiplikation, wenn das Teil hier gewertet wird. So ein Haus darf ich mir jetzt leider nicht nochmal holen, ich muss mir dann irgendein anderes Gebäude holen, aber dafür ist die Aktion hier da und die ist auch gar nicht schwer, einfach das Geld ausgeben, den Vorteil bekommen, es gibt 7 verschiedene Häuser, wir spielen immer 5 davon, haben also ein bisschen Variation und hier kann ich auch einfach Schritte auf dieser Sagrada-Leiste vorgehen, wie gesagt, da liegen hier oben so in verschiedenen Stufen Teile der Sagrada, die wir auch netterweise nie fertig bauen und da bekommt man in der Regel Ressourcen oder einfach hier 18 Punkte, da habe ich mir jetzt ein Spiel geholt, waren da noch einfach 18 Punkte, die ich hatte, weil ich wusste, das Spiel dauert nicht mehr so lang. Hier kann ich mir diese Upgrade-Teile holen, wenn ich mir da eins hole, wird auch sofort eins nachgelegt, normal sind die da oben auch verdeckt und hier bekomme ich halt Ressourcen, hier bekomme ich Geld, hier bekomme ich mein Punkte-Upgrade, hier lege ich Straßen und hier gehe ich auf dieser Leiste vor. Also die Aktionen, die da drin sind, sind per se nicht kompliziert. Habe ich dieses Spiel schon einmal gespielt, kann ich es Leuten einfach erklären, es dauert trotzdem ein bisschen, ich glaube, ich habe heute so 20, 25 Minuten ungefähr gebraucht für die Erklärung, aber die war dann auch so gut, dass es natürlich noch Nachfragen gab, weil wenn man so ein Spiel noch nie gespielt hat und die Konzepte spielst du nicht verstehen und ich weiß, wie mache ich jetzt genau Punkte, wo sind da so die besten Möglichkeiten, daran braucht man natürlich ein bisschen, aber es war jetzt nicht so, dass die Leute da völlig irgendwie aus dem Vor waren und gar keinen Zugriff zum Spiel bekommen haben und ich konnte auch immer Fragen dann sehr schnell beantworten, also hier einfach mal eine Solo-Partie spielen, bevor es anderen Leuten erklärt, hilft auf jeden Fall. Ansonsten, immer wenn ich jetzt hier so ein Gebäude gebaut habe, dann kommen ja die beiden Dudes jetzt hier hin und wenn halt irgendwann wirklich mal jetzt hier so eine Leiste komplett voll sein sollte, weil wir hier irgendwie bis zum Ende gegangen sind und jetzt haben wir das hier halt so gefüllt. Jetzt würde halt die Wertung von diesem Bereich kommen, das heißt, ich hätte jetzt halt eine Kreuzung gebaut, würde dafür zwei Punkte bekommen, also vier Punkte und wer hier auf der Leiste bei mal vier, würde also 16 Punkte bekommen. Nach der Runde wird hier einmal alles abgeräumt werden und erneuert werden und wir kommen hier alle wieder auf Null, egal wie weit oben oder wie weit unten wir hier waren. Plättchen, die wir jetzt halt irgendwie hier wegnehmen, legen wir auch immer noch dahin, es geht auch immer noch um das niedrigste freie Feld, wo ich jetzt nur drei Punkte bekomme, wenn ich ein Gebäude baue, aber es füllt sich halt so nach und nach, wenn jetzt hier wieder wir irgendwo hinten angekommen sind, dann würden wir jetzt unsere Upgrades werten, das heißt, wir würden einfach nur gucken, wie viele Steine haben wir hochgeschoben, kriegen pro hochgeschobenen Stein zwei Punkte und dann gucken wir, wo sind wir auf der Leiste, würden das halt noch mal drei bekommen, also dann vielleicht in dem Fall acht Punkte oder hier sogar mal eins oder hier sogar null, wobei ich dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Vorteile dafür bekommen habe, dass ich auf dieser Leiste vorangegangen bin. Und das ist auch gleichzeitig das Spielende, das heißt, wenn irgendeine Person hier hinten angekommen ist, dann ist quasi die letzte Wertung, dann würden wir noch das hier einmal werten, dann würden wir hier einmal werten und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Es gibt noch ein paar mehr Regeln, dass man halt auch Häuser überbauen kann, wenn dann Stufe 1 Haus gebaut wurde, kann ich halt ein Stufe 2 Haus drüber bauen und noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das ist super easy zu lernen, da ist die Regel auch gut geschrieben, da kommt man eigentlich sehr schnell rein, es sind auch schöne Beispiele dabei, wie ja gerade schon angedeutet, es ist so ein Spiel, wo man sich halt auch nicht wirklich aufbaut. Bei vielen Spielen dieser Art kann man ja immer mehr machen, von Runde zu Runde, man entscheidet sich immer mehr frei und hat immer mehr tolle Fähigkeiten. Hier, wie sagt man, hier kriegt man natürlich ein bisschen mehr Lagerplatz, das heißt, ich kann irgendwie mehr Ressourcen bekommen, aber ich bekomme hier über dieses Minispiel, also der Rest hier, dass ich halt diese Straßen hier baue, dass ich mir vielleicht diese Upgrades hole, dass ich hier Ressourcen bekomme, dass ich hier Kreuzungen hinbaue, dass ich hier noch mit dieser Tram fahren kann, das habe ich noch gar nicht erklärt, da kann ich dann, wenn ich da draufgehe, wenn ich hier so ein Kreuzungsfeld aktiviere, dann kann ich halt meine Tram hier irgendwo einsetzen und später kann ich halt dann bis zu zwei Felder damit fahren und kann dann immer die Aktion in der Straße nochmal nutzen, muss dafür Passagiere einsetzen, muss dafür halt auch Ressourcen zahlen, aber hinten raus kann ich dafür 23 Punkte bekommen. Also das ist auch nochmal so eine Aktion, die man machen kann, man kann dann nicht auf besetzte Felder fahren, also man kann teilweise bis zu drei Aktionen machen und dann hierüber auch noch ein paar Sonderaktionen. Aber es ist schon alles in einem straightforward. Ich mache halt in Runde 1 hier die Aktion, dass ich ein Plättchen dahin lege und hier, dass ich ein Upgrade freischalte. Wenn ich hier in der Phase bin, ich benutze diese Aktion, mache ich exakt das Gleiche. Ich bekomme auch hier dann vielleicht einfach nur zwei Schritte auf dieser Leiste, also jetzt auch nichts irgendwie mehr. Ich schalte mir hier auch nichts, also ich schalte mir eigentlich immer nur mehr Punkte frei, dass ich mehr und mehr Punkte bekomme. Ich will halt vielleicht diese ganzen Passagiere loswerden, um hier diese 23 extra Punkte zu bekommen und dann eben auch mit diesen Passagieren, die ich hier halt gedroppt habe, auch immer nochmal Extraaktionen zu machen. Dafür muss ich aber immer diese Mittelfelder hier benutzen. Dafür möchte ich vielleicht Kreuzungen dahin bauen. In der allerersten Partie, die ich davon gespielt habe, habe ich irgendwie zwei Kreuzungen als Einziger gebaut und auch auf Felder, die dann nicht irgendwie groß benutzt wurden. Und dann hat mir das irgendwie gar nichts gebraucht, auch diese kleine Engine hier. In der Partie, die wir jetzt heute gespielt haben, lag hier halt dieses Kreuzungswertungsfeld aus. Also haben das ein paar mehr Leute gemacht und trotzdem habe ich mir, also Startspieler sein, hat hier den Nachteil, dass ich nicht jetzt erst ein Gebäude bauen kann, aber ich kann halt eben auch gleich die Felder besetzen, die gut sind. Ich kann die Aktion machen, die toll ist oder wenn ich denke, ah, hier gibt es so Aktionen, die vielleicht häufiger genutzt werden, weil das so von den Wertungspättchen ganz gut zusammenpasst, dann kann ich eben auch gleich als erster mal eine Kreuzung bauen, indem ich hier eine von diesen Aktionen mache und setze die Kreuzung irgendwo hin, wo ich hoffe, dass im Spielverlauf auf die Aktion genutzt wird. Und natürlich, wie bei jedem anständigen Eurogame, sind hier die Sachen auch einfach aufgedruckt, aber es gibt noch Pättchen dabei, wo man das hier auch immer wieder neu verteilen kann. Das heißt, hier könnte man jetzt zum Beispiel, dass sich die Multiplikator nachher höher schalten, und sich überhaupt einen Multiplikator holen, kann man hier mit der Aktion machen. In der nächsten Partie könnte es sein, dass die beiden hier benachbart liegen und man immer nur entweder oder machen muss. Das heißt, man muss auch schon zu Spielbeginn so ein bisschen gucken, was sind so die Aktionen, die eine gute Kombination da geben, die dann nutzen und dann eben schauen, dass man da wirklich das meiste rausholt, auch gucken, wann gehe ich hier die Schritte, wann hole ich mir da die Punkte, wie lege ich die Straßen, mache ich über die Straßen viele Punkte, wenn ich viele Punkte über Straßen mache, weil das irgendwie so mein Plan ist, liegt hier irgendwann so ein Wertungsteil aus, mit dem ich dann irgendwie Straßen, also dafür Punkte bekomme und da muss ich eben auch gucken, ist es jetzt besser für mich, dieses Teil hier zu bekommen, als hier eine Aktion zu machen und vielleicht ein besonders krasses Haus zu bauen, für das ich nochmal irgendwie extra Punkte bekomme. Im letzten Spiel habe ich in der letzten Runde hier eine Aktion gemacht, wo ich kein Haus mehr bauen konnte, also nicht so ein besonderes Haus, aber ich bin halt hier zwei Schritte auf der Multiplikatorleiste vorgegangen, habe dann hier so ein Haus gebaut, wo ich hier nochmal zwei Schritte vorgegangen bin, hier mir nochmal dann so ein 18-Punkte-Plättchen geholt habe, nämlich genau das hier und wo ich dann eben auch für diesen Hausbau nochmal ordentlich Punkte bekommen habe. Das war einfach die beste Option, aber dementsprechend ist es natürlich auch ein Guckspiel. Gerade hinten raus guckt man dann schon nach den Möglichkeiten, wie ich viele Punkte machen kann. Und das, also man weiß immer, dass Leute schon gerne Häuser bauen wollen, weil gerade hinten raus gibt es halt immer mehr Punkte dafür. Und eine Runde, wo ich dann kein Haus gebaut habe und vielleicht auf zwölf Punkte verzichtet habe, das kann schon echt wehtun, da brauche ich einen alternativen Plan. Aber trotzdem weiß ich natürlich nicht, welche Leute haben die anderen Spieler aus dem Beute gezogen, wo legen sie die hin, welche Aktionsfelder lassen sie mir noch frei. Und dementsprechend kann ich zwar schon so grob überlegen, was ich tun möchte und habe auf jeden Fall einen Plan irgendwie schon im Hinterkopf, vielleicht auch schon Plan A, B und C, aber wirklich final entscheiden, was ich jetzt mache, kann ich erst, wenn ich in meinem Zug dran bin. Und deswegen ist es vielleicht auch mit vier Spielern ein Spiel, das eine gewisse Downtime hat, weil sich halt viel verändert, bis ich wieder dran bin und ich dann erst wirklich planen kann, ja, wenn es wirklich mein Zug ist. Und bei einer Sache bin ich mir noch nicht wirklich sicher, wie groß das Problem wirklich ist. Das hatten wir jetzt bei drei Spielern schon zweimal, weil diese Scoring-Phase wird ja ausgelöst, wenn hier einfach was komplett voll ist. Und da hatten wir schon, dass einfach das in Runde zwei halt dann, ne, ich war zweiter Spieler, bei mir voll war und dann halt die Wertung ausgelöst wurde. Und das heißt halt, Startspieler war dran, ich war dran, Mitspieler war dran, Startspieler war dran, ich war dran. Das heißt, der dritte Spieler hatte einfach keine Chance, sich hier noch dann irgendwie vielleicht das zusätzliche Teil zu holen, mit dem er irgendwie Punkte bekommen kann. Und da gab es auch nichts, dass das jetzt irgendwie groß ausgeglichen hätte. Und dann dafür im Spielende aber, wenn ein Spieler das Ganze beendet, es gibt hier dieses Startspieler-Plättchen, dann wird auf jeden Fall noch eine Runde zu Ende gespielt. Das heißt, der letzte Spieler kann es beenden und weiß, okay, danach geht nichts mehr. Oder wenn der erste Spieler das Ganze beendet, weiß der, okay, ich bin auf jeden Fall noch mal dran und ich kann was machen. Da weiß ich nicht so ganz, warum das mit diesen Wertungen so gemacht wurde, dass da nicht noch erst die Runde zu Ende gespielt wurde. Das wird wahrscheinlich irgendwelche Balancing-Geschichten haben, hoffe ich. Es fühlt sich halt jetzt nach den paar Partien, die wir gespielt haben, noch nicht wirklich so an. Und das war der Überblick über Barcelona. Nach dem ersten Regelstudium dachte ich, okay, das ist so ein mittleres Kennerspiel. Dann habe ich es gespielt und dachte so, okay, ha, da ist doch schon mehr drin. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht das, was die krassen, super erfahrenen Expertenspieler als Expertenspiel bezeichnen würden. Aber es ist so ein Spiel, das an der Grenze ist. Also ich habe euch ja vorhin so ein paar Vergleichstitel genannt. Das waren auch alles keine reinen Kennerspiele. Es geht natürlich immer von der Komplexität her noch ein bisschen drüber. Aber wenn man das Spiel hier im Einsteiger vorsetzt, dann muss der auf jeden Fall schon mal ganz schön grübeln und das auch alles erst mal verstehen, wie ich Punkte mache. und das war dahingehend schon eine kleine Überraschung. Ich habe da jetzt ein paar Partien von gespielt und es ist auf jeden Fall gut. Es macht Spaß zu spielen, gerade wenn es bei einem läuft und man halt so Züge hat, wo man dann die 40, 50 Punkte macht und davon vielleicht auch irgendwie zwei, drei Züge im ganzen Spiel hat. Aber dass man sich halt nicht so krass aufbaut, das mag ich immer eher nicht so. Auch Prager Kaputregni damals. Das war auch ein Spiel, wo man halt immer ganz, ganz viel bekommen hat und das fand ich auch gut. Hat das ja auch irgendwann mal in meiner Top 100 Liste drin. Aber irgendwann habe ich auch gesagt, so hm, also ich mag ja schon belohnende Spiele und Spiele, die mir viel geben, aber manchmal, gerade bei so komplexen Spielen, muss es irgendwie noch ein bisschen enger sein, noch ein bisschen, ja, knapper alles und vor allen Dingen ist es halt ein Problem, dass man hier noch was bekommt, hier noch einen Vorteil bekommt, hier noch einen Vorteil bekommt. Also gerade die Runden, wo ich dann wirklich 50, 60 Punkte mache, da muss man auch erstmal an alles denken, sich auch wirklich dann konzentrieren, dass man wirklich alle Punkte mitnimmt, alle Vorteile, alle Extraktionen macht. Aber wie gesagt, das kann schon Spaß machen, definitiv, wenn das alles so eure Wohlfühlspiele sind, dann ist das, glaube ich, ein Spiel, das einigen Leuten sehr viel Freude bereiten wird. Für mich persönlich ist es ein Spiel, das ich jetzt irgendwie zwei, dreimal gespielt habe, das ich kenne, wo ich Leuten sagen kann, wie das Ganze funktioniert. Es wird keinen dauerhaften Platz in meiner Spielersammlung finden, aber, ne, wenn ihr jetzt vielleicht auch ganz neu hier auf dem Kanal seid, das heißt immer nichts, ich habe eine kleine Wohnung mit wenig Platz, da können leider nicht alle Spiele bleiben. Selbst manche Spiele, die ich wirklich richtig gut finde, müssen mich wieder verlassen, weil es gibt auch einfach immer sehr viele neue Spiele im Jahr und man möchte auch primär, also ich zumindest, ich bin kein Sammler, ich möchte einfach Spiele haben, die ich auch spiele, wo ich, wenn ich irgendwie Zeit mit meinen Freunden habe und wir wirklich mal irgendwie so einen tollen Klassiker spielen wollen oder auch irgendwas Interessantes Neues, dann ist die Zeit, die halt zur Verfügung steht und der Platz und der Raum auch einfach begrenzt und dann wird es bei mir meistens eher nicht Barcelona sein, aber da ist jeder absolut subjektiv, darum habe ich ja auch schon ein Live-Let's-Play dazu gestreamt, das ist in dem My City-Video versteckt, wo ihr euch das Spiel einmal angucken könnt, wo ich es auch wirklich Neuling komplett erkläre, inklusive allen Nachfragen, inklusive der kurzen Besprechung danach, inklusive Scoring, ihr könnt so eine ganze Partie sehen in Echtzeit, die eben auch wirklich 90 Minuten dauert, wenn ihr darauf neugierig seid und dann hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, ob Barcelona ein Spiel für euch ist oder nicht, wie gesagt, zu Not guckt euch einfach mal die wirklich komplette Regelerklärung an, da geht es wirklich noch ein bisschen mehr in die Tiefe, als jetzt hier in diesem Kurzüberblick, der wahrscheinlich trotzdem über 20 Minuten dauert und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken, wenn das Video informativ und hilfreich für euch war, gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben, das war's von mir, bis bald und tschüss! Bis bald!